ja nun wieder drüben gar kein kampf weil keiner auf eine belagerte buchung ist jetzt wieder die kugel reihenorten genau hier sieben bär 1 jetzt nicht gucken ob meine kamera verfolgt bei mir beziehen oder wahrscheinlich habe ich sie mal ja sie die hüpfen nach rausklappen sehr witzig ich denke mal dürfen wir vorbeikommen dann wird irgendwas passieren nicht schon wieder ich denke schon wieder um die fette burg du kriegst das fette neutrale nach vorne wenn ich noch ganz vorne ist so viel gelaufen jetzt aber eigentlich ach so so ich kenne jetzt hier gemeinsam mit einem diese burg und dann auch meine oder das nicht und da muss alle die burg gegen durch verteidigen im zweiten kam ich greife an wir wollen wir dann springen von wolke zu wolke um nach oben zu kommen nicht runterfallen nicht zurückbleiben wie übrig bleibt gewinnt ja so quer halten charakter bewegen kreuz bringen wir die zwei kraft kreuz muss ich nicht mehr will oder welche folgen plus da sieht man ja nicht wie viel Ey, ey. Hau da ab hier, Kinder. Ey, wir spielen auf mir rum. Oh, wir springen jetzt. Kann man mal in die runter schubsen? Sag mal, jetzt spricht die ganze Zeit die mit Mosaphir dagegen. Ich glaube es... Ah! Nein! Ich bin auf jeden Fall. So! Nein! Hau ab! 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 Man kann von unten nicht hier hoch und von oben drüber einer stehen. Steh Stück! Dein fetter Arsch hat gewonnen. Ja. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Wollen wir den ersten Platz machen, um das einzunehmen, oder ob er einfach nur mehr als der Verteidiger... Okay, nur mehr als der Verteidiger haben. Hä? Okay. Danke für die Brücke. Guck mal, du kriegst da so einen Power-Programme. Koffkicks-Power-Programme. So, Runde zwei! Ja, soll ich gar nicht erst machen, weil... Ich weiß auch nicht, was man hier tut. Was müssen wir jetzt tun? Pah, es sieht so aus. Jo. Waterbike-Rennen. Waterbike-Rennen. Nutze den Treibstoff zum Beschleunigen. Aber vorsicht in die Kurven. Wer zuerst das Ziel erreicht gewinnt, beschleunigen mit... Äh. Darauf sein möchte der, glaube ich, nicht. Müsste einfach eine Art, um zu beschleunigen. Hä? What? Wieso bin ich jetzt rausgeflogen? Hast du einen Kraft-X genommen, drück, oder was? Ich flieg hier mal raus. Wieso fliegst du denn... Ah, ja, du darfst in der Kurve halt nicht beschleunigen. Dann musst du vom Gas runter. Ah, ja, siehst du, dann mach ich kacke. In der Kurve musst du vom Gas runter. Und sobald es gerade wird, wieder zünden. Das ist das Ziel, wenn du mal Kraft gehst. Ey. Du lasst mich doch mal einmal. Einmal. Ich war bei Geburt. Du hast ja gewonnen. Du hast gewonnen. Aber gerade so. Wir waren so weit hinten mit dem Kraft-X, haben zu spät gezündet. Glückwunsch klein. Ja, danke. Verteidigung erfolgreich. Oh, da muss man wieder einen Buch verkaufen. Was ist das mit den Beschleunigen aus der Kurve? Das hat er ja nie angesagt. Doch, das weiß man so oft. Du hast vorgelesen. Du darfst dich in der Kurve beschleunigen. Du musst vor und aus der Kurve. Das habe ich dir mitgekriegt. Passt mich nicht, weil ich schön bin, man. Hast Glück nicht, weil er arm ist. Ich lieb dich trotzdem. Wow. Ja gut, weiter geht die wieder runter hier. Du musst aus da. Du bist. Ich bin ja auch ganz hinten. Deswegen bin ich zu schaust. Ach so. Joa, komm. Dicke 2. 1. Und dann wieder 8. Üben können wir dem Krönchen zugucken nach vorne. Hopp. Hopp. Komische Wege, da ist eine Treppe, aber macht nichts. Ich kann auch fliegen. Nee. Ich hoffe. Oh, was ist das denn jetzt los? Du hast die Keksebewegung erreicht wohl. Deine Kekse. Je mehr Wogen du hast, umso mehr Kekse bekommst du. Ja toll. Lerne genau auf diesem Feld, um Bonus-Kekse zu bekommen. So, aber kriegst du jetzt? Bin mir gar nicht gierig. Keks-Bonus. Perfekt. Alter, Alter. Mal 6. Was? 6? Stand da außen. Ja, 6 Bogen hast du ja auch. 2. 6 Level oder so. Und jetzt? Was jetzt? 6 Bogen? Lecker. Und ich glaube einmal noch, dann ist der Froschdrich voll, wa? Wahrscheinlich. Oh, der krieg ich noch nur. Hä? Ein Besucher meiner Villa? Wie soll ich euch grüßen? Hallo. Ich will ja. Nicht die? Ach, halt. Heute ist dein Glückstag. Grüße dich, Keks von allen Spielern. Ich hab keine. Da musst du wohl noch eine Woche drauf. Das ist ja wie Monopoli. Oder Spiel des Lebens. Boah. Ach, du haltens Rüder. Wow. Da kackt sie aus, mein Kekse. Landest du auf deiner Burg, erhältst du Kekse? Yeah. Sammle so viel Kekse wie du wirklich hast, klar. Kassiert du dir eine Burg? Nee. Nee, ich stehe auf meiner eigenen. Also da, ja. Da war ja noch Freifläche. Ja. Der Letztplatzierte bekommt die Schwebeschuhe. Geh dich auf. Oh. Du hast Schwebestiefel, rücke damit 1,8 Fälle hervor. Benutze den Gegenstand auf der Karte, bevor du dich bewegst. Nach Benutzung erhält der nächst bessere Spieler. Aha. Mhm. Wenn jetzt wahrscheinlich auf der Karte, wenn wir jetzt... Kannst du wahrscheinlich aus... Wie? Weiß ich nicht, Oma. Da guck, geht das die zwei. Stiefel. Das war ein Hermesstiefel. Ja, wo willst du denn? Kannst ja auch so. Egendeine Burgbarne. Ja. Da vorne ganz maximal. Er geht nicht. Nee. Gegen mehr kämpfen? Oder gegen mich kämpfen? Oder da, das auch eigenes Ding. Oder gegen mich kämpfen? Bist du wahnsinnig? Sind die Damen auch immer noch bereit? Ja. Ja, okay. So. Dig a drawing. Der Kaffer hat sich aber gar nicht bewegt, dann mehr hat sich das Rad schon gedreht hat. Wie sieht es, oder? Cool. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. So, die wird eingefärbt. Der Prozess müsste echt ein bisschen schneller davonstatten gehen. Das hört ganz schön auch. Ja. Dieses ganze Bogen färben, oder? So, und Dirk will aufs Maul. Ich find's auch schön, dass du dich direkt vorm Eingang kommst. Hier kommst du nicht rein. Sturm und ja. Sturm? Na dann. Was tun wir denn? Nur das Beste. Peckkuchen. Gummikatapult. Wirf den Hammer und garniere den Kuchen. Die Anzeige bestimmt die Weite. Je höher die Glasur auf dem Kuchen, desto höher die Punkte. We-Firminierung schwingen, seh ich hier schwingen. Ja. Hä? Ach so. Ihr müsst einfach nur auf den Verlader kommen. Ja, ich seh da unten die Anzeige jetzt. Alles klar. Nicht so toll, ne? Ich hab doch hoffentlich euch alle angeschnallt. Ja. Und ich schlufe drauf. Ach, das geht nicht. Toll! Aber alle stehen sowas. Ich bin die Garnierung. Hass mich nicht, weil ich schön bin. Ich hab dir so viel Mühe gegeben. Mhm. Mhm. Das sieht doch lustig aus da. Mhm. Der ist auch noch auf der Nase. Du hast ein Minus. Mhm. Du musst schöne Puck abgeben. Na bitte. Na null. Weg mit die Stiefel. Du hast die Stiefel benutzt, jetzt kriegst du die nächste. Uh. Warum? Falls nach Keksen geht, denke ich mal. Ja, ich hab doch bestimmt nicht genug Kekse. Du versuchst wohl mehr Kekse. Nicht nach Bogen? Ich denk mal nach Keksen. Gucken wir mal. Ja. Du hast ein paar mehr Kekse als ich. Tatsächlich. Und Melly ist natürlich richtig weit vorne. Neun Durden hast du schon. Jemand gönnt sich ja sonst nichts. Melly hat auch sieben. Ich verabschiede aber, ob ich die gekriegt habe. Weiß ich auch nicht. Wo bin ich denn? Mist. Hä? Was? Ja, ich weiß auch nicht. Verstehe. Macht nicht das, was er soll. Ich suche mir die 8 aus und treffe eine 3. Weiß ich auch nicht. Hm. Ja. Genauso. Geh weg ist meine. Oh, die will ich? Nein. Kusch. Wir kämpfen bei so oben. Ja, toll. Verliebt euch recht. Das wissen wir nicht. Das ist Melly's Book. Ja. Aber wenn ich gegen... Ja, also... Wenn er mitmischt. Kampf 2. Weiß? Wo war Kampf 1? Melly kann es auch nicht so verlieren. Oh, ich auch. 3 Kämpfe. Das hört ja mal schon auf, ey. Na ja, das sind Minispiele, ne? Mhm. So. Ich greif jetzt an. Verfahren. Melly. Okay. Wir spielen eine endkrass geile Runde. Ja. Bambut klutschen. Abwiegen. Weiß ich nicht. Hm. Waaah? Bam. Schokoholik. Schokoholik? Sonne die herabfallenden Schokohugeln ein. Achte auf die Bomben. Mit Vision mit dem Kreuz springen wir die 2. Bomben. Okay. Was sind denn hier Bomben? Du weißt nicht, wie wahrscheinlich schwarz sein, denke ich mal. Die grünen, die nächste Bunde. Meinst du nicht? Wieso kriege ich denn die Kekse nicht? Hä? Hast du eine Bombe? Schimpst du mal rein? Oh nein. Ah, weg da! Oh Mann. Hä? Ich bin schon runterkommen. Wieso nimmt er die denn immer nicht? Ah, ich stehe die Bombe rein gerast. Au! Ich bin raus. Ich auch. Oh, ich darf wieder rein. Ende. Ja. Gelände. Oh, knappte. Oh. Ich hab verloren. Da hab ich gar nicht auf die Bälle gehalten. Ich hab nur versucht, einen Hufi zu machen. Hat nicht ganz funktioniert. Nee, aber dafür war das nicht schlecht. Hm. Irgendwie hat er meine Hände gar nicht gefressen. Ich bin da da immer hin und dann sah das nicht so aus, als er die aufgenommen hat. Nee, bei mir ehrlich. Ganz merkwürdig. Oder muss man denn stehen bleiben vor dem Ball? Einfach grün, dann haben sie sich aufgelöst. Kampf 2! Pinky burn the brain. Du willst Melody Clown. Oh, wir golfen offensichtlich? No. Im einen machen sie die Männer besser, ne? Ja. Fäckgolf! Flieg auf das Grün und versuche ein Hole in One. Schub sie in die Luft, um in Position zu kommen. Wer zuerst im Loch ist, hier Wind. Neichen. Na ja, und irgendwie stupst nach oben. Okay. Ja, nun musst du neichen. Ich randale hier mal da. Randale! Hier wird es gut. Weg mit euch! Da weg! Weg! Geh da runter! Weg! Weg mit Geld! Geh weg! Was ist ich? Geh weg! Hä? Wie rollt das denn jetzt noch? Ach, jetzt können wir noch... Ich hab die Fermi-Dum losgelassen, halt so gelandet drin. Scheiße! Ich hatte auch die Rollen noch automatisch. Aber dann halt ge... Oh, ne, warte mal. Da gewählt sie noch, ne? Ich wurde dann wirklich schubst beim Loch. Ja, Glück muss klein. Aber ich hab die Burg gewonnen. Ja. Ja. Und das gibt ja 7.780 Kekse für mich, ne? Ne. Mal drei. Nun hab ich gewonnen. Zornkampf 3, was ist da noch los jetzt? Ja, ich muss verteidigen, genau. Die Melli ist auf Rache aus. Was? Ich war schon wieder auf dem Teele. Ach, du hast doch gerade das abgewaschen. Ich habe gerade das sauber gemacht. Du musst wieder rollen. Bestimmt. Blaue Platte Spezial. Schiebe deine Gegenspieler von der rutschigen Platte und schnapp dir die Früchte. Wer zuletzt noch steht, gewinnt. Nein, Jen. Und kippen und drehen. Erstmal Dirk aus, ganz wichtig. Bumst. Bumst. Herr Bäre! Nein! Nein! Boi! Boah! 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 Scheiße! Boah! Alter! Ich war so, denke ich hatte Vollspeed. Volles mit rausgebumst, ey. Was ist da mit Kleid? Los auf einmal hier alles nochmal? Boah! Damit ihr euch alle abschießt. Oh, das kostet mich Kekse, oder? Ich habe mich nicht getraut, die Banane zu nehmen, da habe ich bestimmt gerutscht. Das kam nicht ran. Der wollte so schnell, dass ich da gar nicht ankam. Ich habe mich selber rausgeschossen. Ich bin dich gegen los. Und dann bin ich weggeflogen. Wenn du so einen komische Erdbeeren gelutscht hast da. Nein! Hä? Wem gehört die denn jetzt? Wieso kriegst du die jetzt, obwohl du rausgeflogen bist? Ich bin doch letzter geworden. Aber ich habe gewonnen. Ja, eben. Das war mein... Achso, das war der erste Kampf, den ich gewonnen habe. Jetzt kam Kampf 2. Achso. Und jetzt kommt das der dritte Kampf, wo ich so verliere. Ufa trägst alle aus. Diese Bucke ist nur für helle Köpfe. Ja gut, eine Fette gewonnen, eine Fette verloren. Okay. Ja. Na ja. Das war ein Farbbrunsch mit uns beide einfach nur, ne? Ja. Mhm. Möchtest du dich vorlesen? Danke, ich werde gut auf die Bucke aufpassen. Gerne. Okay. Belohnung 33 freigeschaltet. Zehn Minispiele. Uhu. Okay. Oh, ich habe etwa 40 Kekse. Beim ersten Mal hat er das nicht genommen. Beim zweiten Mal trifft er nicht die Eins. Ich habe jetzt noch 6. Komm mal vorwärts, mal gucken, bei wem ich lande. Ach, hinter dir her. Man. Kekse. Kekse. Punkt Landung, yes. Hi. Das ist der Pack-Oper, wa? Ja. Keks-Bonus. Mhm. Oh nein. Aber die 120.000 muss man noch mal zusammenkriegen, ne? 12.000. Achso, oh, entschuldige. Warum bin ich denn noch bei 5.000, nur bei 9.000, nur bei 8.000 hier? Das muss man einfach... Hä? Wer? Was? Kriegen? War ich überhaupt schon mal bei der Keks-Operigen-Mille? Ne, ich auch nicht. Meck mich nicht. Kommt er eigentlich nicht an. Schocken-Burg. Kampf 1. Ja, der schloss wieder Wunder. Was? Ach Gott. Angeln. Ey? Was? Hä? Na, wenn, ausrufezeichen kommen, rausziehen. Da kommt dir bestimmt die Beschreibung zu. Angel-Meister, Zeit zum Angeln. Schnell hochziehen, wenn du einen hast. Der Schnellste mit dem gröbsten Fisch gewinnt. Nur eine Chance, ey. Nur eine Chance, ey? Das war ein bisschen spannend, Kinder. Alter, was ist das? Wer hat den denn gezogen? Du schon wieder? Oh Gott, ey. Das ist aber ein fetter, was? Echt? Oder ein Wels. Könnte auch ein großer Wels. Das ist ein Wels. Viel Spaß beim Ausnähen. Das ist nur ein Silberding. Ist das ein Zufall, oder? Oder wie wird das bestimmt, wie große Fischchen ist? Wer ganz wahrscheinlich hochzieht. Stand der da auf, wer zuerst kriegt den Gerüst? Und die Ausrufezeichen kamen gleichzeitig, und wer dann zuerst... Wer schnell genug reagiert? Ja. Toll, jetzt habe ich ihm also geholfen. Weiß ich nicht. Jetzt übernimmt er deine Bock? Nee. Nee, dich nicht. Du verdienst nur Kiekse, wenn du nicht mit einem Kampf gelingst bist. Nee, ich weiß, aber wer... Ich, ja... Ich musste nur meine Bock wieder verkaufen. Warum denn? Ja, Strafkiekse, weil ich nicht. Ich muss auch keinenず göttlichehende Torabsch interpreting. Vor allem, aber das был mein Gott. Doch du, nein. Ich sagte, als drinnen Internationalblock Powder. Das nur da haben. Ich dissved, Informalte Methode. D happily. Ich trageKI chố Arbeit.